Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Planet Zoo Tutorial und in diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie man am besten Arterhaltungspunkte verdienen kann. Ich habe mich da schon so ein bisschen reingefuchst, ihr seht, ich habe schon 6.300 verdient, habe aber auch noch einige Tiere im Wert von 3.000 oder so rumliegen, also ich bin schon ungefähr bei 9.000 Punkten. Das Ganze natürlich ungefähr von 400 Punkten aus, also ich habe ganz gut was verdient, weil ich habe schon ziemlich viel ausprobiert und ich denke, ich kann euch einige Ratschläge geben. Aber wir kommen erst mal zum Grundprinzip, wie man denn diese Arterhaltungspunkte verdient. Natürlich kann man die auch verdienen, wenn man sich täglich einloggt und irgendwelche anderen Sachen abschließt, ist natürlich ganz nett, aber der Hauptverdienst ist natürlich der Tierhandel. Das findet ihr hier im Tiermarkt und das Prinzip dahinter ist eigentlich, man kauft ein Männlein und ein Weiblein, zum Beispiel hier beim Kaffernbüffel und die beiden lässt man dann sich miteinander paaren. Und das Baby, wenn das ausgewachsen ist, kann man das für diese Arterhaltungspunkte wieder verkaufen. Je besser die Werte, desto besser der Verkaufspreis logischerweise. Wichtig ist natürlich auch, wie das Angebot und die Nachfrage auf dem Markt ist. Das heißt, wenn man zum Beispiel hier, ja wir nehmen mal den Elefanten. Der ist sehr, sehr selten nur vorhanden und deswegen kann man die auch sehr teuer anbieten. Ihr seht schon, die Preise sind hier sehr, sehr teuer, weil einfach nicht viele davon gehandelt werden. Aber das ist immer so, ihr müsst immer den Markt ein bisschen beobachten und dementsprechend könnt ihr dann die Sachen auch verkaufen. Aber kommen wir jetzt erstmal zum Grundlegenden. Das Grundlegende ist, wir gehen mal davon aus, ihr habt gar keine Arterhaltungspunkte. Wie kommt ihr dann dazu, dass ihr euch ein Startkapital schafft, um mehr Arterhaltungspunkte zu verdienen? Das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Ihr geht in den Tierhandel, müsst dann nach Bargeld filtern. Oh, das waren jetzt meine Tiere. Entschuldigung. Müsst hier nach Bargeldverzeichnis Anzeigen filtern. Und dann seht ihr nur die Tiere, die man für Bargeld kaufen kann. Dort bieten sich natürlich als Starttiere, bieten sich am meisten, zum Beispiel Grizzlybären sind ganz gut, Mielpferde sind sehr, sehr gut. Und ich glaube zum Beispiel Mandrills oder Mandrills, die kann man auch ganz gut benutzen. Davon kauft ihr euch dann ein Männlein und ein Weiblein. Und die beiden lasst ihr euch dann, lasst ihr euch paaren. Und dann das Baby werdet ihr dann großziehen müssen, bis es erwachsen ist. Je jünger das Tier, desto besser ist es, weil ihr es dann umso teurer verkaufen könnt. Und dann stellt ihr das Ganze hier in den Markt. Das werden wir aber gleich noch alles machen. Ja, ich erzähle euch nochmal so ein paar grundlegende Sachen auf jeden Fall, worauf ihr achten solltet, falls ihr Tiere kauft oder verkauft. Wichtig dabei sind immer, wir machen mal eben hier wieder das Bargeldverzeichnis aus. Wichtig dabei sind immer folgende Werte. Also das Alter ist sehr, sehr wichtig. Wir gehen zum Beispiel hier mal auf den Elefanten. 25 Jahre ist sehr, sehr jung, weil der glaube ich erst mit 18 oder so ausgewachsen ist, der Elefant. Und natürlich eine sehr hohe Lebenserwartung hat. Deswegen, das Alter ist sehr, sehr wichtig. Wenn ihr sowas kauft, dann kauft junge Tiere, damit die lange leben, damit die sich noch längere Zeit paaren können. Das ist halt immer sehr, sehr wichtig. Kauft keine Tiere, die kurz vorm Sterben sind, weil davon habt ihr nicht viel. Der hier wäre zum Beispiel jetzt nicht schlecht, ist natürlich sehr, sehr teuer. Wichtig sind natürlich auch noch hier die Daten hier. Zum Beispiel das Fruchtbarkeitsgen. Das ist somit der wichtigste Punkt. Das ist jetzt bei 50 Prozent. Ich würde sagen, alles über 33 Prozent ist in Ordnung. Natürlich umso höher, desto besser. Desto höher ist die Chance, dass die sich vermehren. Und genau das wollt ihr. Ihr wollt ja Babys haben und mehr Tiere bekommen, damit ihr mehr Arterhaltungspunkte verdienen könnt. Was ich noch sehr wichtig finde, ist das Langlebrigkeitsgen. Logischerweise leben die Tiere länger, wenn das hoch ist. Also auch nicht schlecht. Das Größengehen finde ich nicht ganz so wichtig. Immunitätsgen, keine Ahnung, was das macht, finde ich auch nicht ganz so wichtig. Aber wenn die Werte nicht schlecht sind, ist natürlich immer gut. Gut, aber wie gesagt, am wichtigsten ist eigentlich das Fruchtbarkeitsgen und das Alter des Tieres. Also da solltet ihr am meisten drauf achten. Wenn Tiere besonders gute Punkte haben, dann bekommen die hier so eine Goldmedaille zum Beispiel. Der hat jetzt sehr, sehr gute Werte. Das seht ihr an der Goldmedaille. Und es gibt auch noch eine Silbermedaille oder eine Bronzemedaille. Hier zum Beispiel Bronzemedaille. Also nicht ganz so gut, aber immer noch sehr, sehr gut. Und die Silbermedaille. Da seht ihr das daran so ein bisschen. Ja, am wertvollsten sind natürlich die Tiere, die man nicht für Bargeld kaufen kann. Das heißt, ja, zum Beispiel der afrikanische Elefant, der Königstiger und so weiter und so fort. Und bestimmte Tiere haben auch, ja, bestimmte Preisklassen natürlich. Zum Beispiel der Elefant ist sehr, sehr teuer, weil der sehr, sehr rar ist. Bei dem Elefanten ist es so, oh, das ist so ein günstiges Weibchen gerade. Gucken wir doch mal. Ja, brauchen wir aber jetzt gerade nicht. Für 481 ist auch gar nicht so günstig. Bei Elefanten ist es nämlich so, die Männchen sind sehr viel seltener und deswegen teurer. Bei Löwen ist es zum Beispiel genau andersrum. Bei Löwen sind die Weibchen sehr viel seltener und sehr viel teurer. Das werdet ihr auch gleich im Markt sehen. Hier haben wir sogar gerade ein Weibchen. 600 ist auch zu viel. Ich filter mal nach Preis und jetzt seht ihr schon. Der hier ist zum Beispiel nur so günstig, weil er so ein schlechtes Fruchtbarkeitsgen hat. Also ihr müsst wirklich immer auf die Sachen achten. Also der ist 5,7 Jahre alt. Das geht noch. Also 3 Jahre werden die, glaube ich, wachsen, Löwen, glaube ich. Aber 5,7 geht sogar noch, weil die immer so bis 12 oder so Babys bekommen können maximal. Ja, aber das Fruchtbarkeitsgen ist immer, oh, 6,1 Jahre mit dem Fruchtbarkeitsgen und Dings. Das war ein Schnapper meiner Meinung nach. Also ziemlich, ziemlich günstig jetzt geschossen. Ja, die weiblichen Löwen sind halt wirklich immer rarer als die männlichen Löwen. Männliche Löwen zu kriegen mit guten Werten ist gar nicht so schwer. Wir werden jetzt mal gucken, dass wir noch ein Männchen dazu kaufen, was vernünftig ist. 340 Gold. Hier, die Werte sind eigentlich ganz gut. Fruchtbarkeitsgen 50 reicht auch. Aber hier ist das Alter zu hoch. Also da müsst ihr wirklich drauf achten. Der hat zwar diese Bronze-Medaille hier, aber der ist einfach zu alt. Am besten irgendwas mit 3, 4 Jahren kaufen. Guck mal, der würde zum Beispiel gehen. Hier ist zwar das Immunitäts- und Langlebrig nicht so gut, aber Fruchtbarkeitsgen ziemlich gut. Und wir klicken uns aber noch mal so ein bisschen durch. Der hier ist nicht schlecht, ne? 3 Jahre alt. Männlich. 400. Wer geht eigentlich? Kaufen wir mal noch das Männchen dazu. Ja, und die paaren wir gleich. Ich hoffe, ihr habt das jetzt so ein bisschen verstanden. Ist ziemlich schwer zu erklären. Aber die wichtigsten Daten sind auf jeden Fall das Alter und die Fruchtbarkeit. Das sind die wichtigsten Sachen. Fallt nicht darauf rein, wenn mal was richtig günstig ist. Achtet auf jeden Fall auf diese Werte. Also ihr seht es ja hier. 5,7 Jahre ist nicht das Beste. Und Fruchtbarkeitsgen 17 ist auch nicht das Beste. Deswegen ist er so günstig angeboten. Und erkundigt euch immer, also guckt immer ein bisschen auf dem Markt vorbei, was gerade rar ist. Wenn zum Beispiel ein Tier gar nicht angeboten wird, könnt ihr es natürlich umso teurer verkaufen. Aber ich zeige euch jetzt erstmal, wie man so ein Baby erzeugt. Dafür bauen wir mal eben schnell ein Gehege und lassen unsere gerade eben gekauften Löwen frei. So, die eben gekauften Tiere, die sehen wir jetzt hier im Tierhandel logischerweise. Da haben wir jetzt gerade... Oh, welche haben wir denn gekauft? Hier, den hier haben wir gekauft. Wir haben sogar noch einen hier rumliegen. Äh, genau. Den haben wir gekauft. Westafrikanischer Löwe. Männlich und weiblich haben wir gekauft. Der hier mit drei Jahren ist hier beim Handeln schon als Grundwert 559. Also, das war wirklich ein Schnäppchen. Aber es gibt gerade sehr, sehr viele männliche Löwen. Deswegen ist der Preis einfach sehr weit unten. Ja, anscheinend ist er ein ziemlicher Überfluss. Aber wir verlegen den natürlich. Wir wollen natürlich, dass die beiden uns ein Baby gebären. Das wäre perfekt und ideal. Ihr könntet jetzt sogar noch mehr Weibchen besorgen. Also, das ist immer ganz gut. Bei Löwen ist es nämlich so, in der Herde ist ein Männchen und viele Weibchen. Ihr könnt auch vier Weibchen reinmachen. Ist die Chance natürlich höher, dass die Löwen mehr Babys bekommen. Aber wir lassen jetzt erstmal die beiden frei und hoffen mal, dass sie jetzt für dieses Erklärungsvideo uns auch ein schönes kleines Baby machen. Bin ich sehr gespannt. Wunderschön, der männliche Löwe, finde ich, in Planet Zoo. Schaut ihn euch an. Da hoppelt er. Wird uns hoffentlich hier ein guter Papa werden. Aber wir machen mal kurz auf Pause. Ich richte mal kurz das Gehege so ein, dass es den Tieren passt. Und dann geht es weiter. So, den Löwen geht es gut. Ihr könnt das natürlich mit jeder Tierart machen. Aber am besten beschäftigt ihr euch dann immer vorher so ein bisschen mit dem Markt, wie es bei der Tierart aussieht. Was rarer ist, Männchen, Weibchen, wie die Altersklassen sind, also wann ein Tier alt ist und sowas. Das solltet ihr alles vorher wissen. Und kauft bloß nicht überteuert Sachen. Falls ihr mal seht, dass irgendein Tier sehr günstig angeboten wird, könnt ihr natürlich auch das Tier einfach kaufen. Ich habe zum Beispiel... Gutes Beispiel. Oh, der ist 43 Jahre alt. Aber trotzdem, den werden wir auf jeden Fall gewinnbringend verkaufen. Ich weiß nicht, wie alt Elefanten werden. Aber der war ja für 400 drin. War aber jetzt ein gutes Beispiel. Ihr habt es jetzt gesehen. Der war sehr, sehr günstig. Ist zwar alt, hat aber ein sehr gutes Fruchtbarkeitsgen. Und dem werde ich definitiv für besseres Geld los. Wir bieten dem mal... Wir wollen nur ein bisschen Plus machen. Vielleicht fürs Video. Ich könnte ihm sogar, glaube ich, über 500 anbieten. Bin ziemlich sicher. Aber wir machen mal jetzt 395. Dann haben wir auf jeden Fall Gewinn gemacht. Ich stelle ihn rein. Und dann gucken wir mal, ob er am Ende des Videos verkauft ist. Aber wie gesagt, achtet immer so ein bisschen drauf, wie die Tiere, wie alt die werden. Welche Geschlechter selten sind und so weiter und so fort. Ich hoffe jetzt, dass die beiden Löwen sich hier paaren werden. Sechs Jahre und... Wie alt war er? Ah, er ist noch ganz, ganz jung. Hier oben könnt ihr übrigens das Alter sehen. Also er ist gerade erst ins Erwachsenenalter gekommen. Hier ist es dann ein älteres Tier. Und hier ist der Tod. Hier oben seht... Oh, das habe ich vergessen. Ich habe vergessen, die Wand hochzumachen. Sehr, sehr gut. So, Leute. Ihr seht schon, der Elefant ist jetzt innerhalb von ein paar Minuten weggegangen. Ich hätte ihn auch viel teurer noch anbieten können. Aber da könnt ihr auch immer so ein bisschen... Sobald ihr Ahnung habt, so ein bisschen, wie die teuer die Tiere sind, könnt ihr mal ein bisschen ausschalten. Oh, hier ist ein Elefant, ein Männchen. Ja, okay. Hätte ich jetzt auch fast gekauft. Sehr, sehr günstig, weil bei Elefanten ist, wie gesagt, das Männchen sehr selten. Der hier ist auch sogar recht günstig. 26 Jahre. Den kaufe ich auch mal. Den können wir auch gewinnbringend verkaufen. Denke ich mal. Aber hier ist zum Beispiel das Fruchtbarkeitsgen bei 0%. Deswegen Finger davon lassen. Hier ist es bei 50%. Also gar nicht schlecht. Den werden wir definitiv auch gewinnbringend verkaufen können. Aber wir haben sogar noch... Ah, wir haben ja Elefantenbaby, ne? 0,1 Jahre. Ich glaube, den behalte ich sogar, weil dann habe ich noch hier zwei Elefanten, die nochmal für Nachwuchs sorgen können. Also ihr seht schon, das ist echt nicht schwierig, diese Punkte zu verdienen. Das geht echt ruckzuck, wenn man so ein bisschen sich da reingefuchst hat. Ich hoffe, die Tipps werden euch helfen. Aber ich würde sagen, wir warten jetzt mal darauf oder hoffen mal darauf, dass die beiden hier ein Baby zeugen. Oh, westafrikanischer Löwe ist trächtig, Leute. So, es hat geklappt. Unser Weibchen wurde geschwängert. Nachwuchs erwartet am Jahr 34 im Mai. Das heißt, das geht super schnell. Zwei Monate nur bei Löwen. Das ist sehr, sehr praktisch. Bei Elefanten und so dauert es natürlich viel, viel länger. Aber jetzt besteht eigentlich... Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn ich den rausnehme. Wir lassen ihn nochmal drin, bis sie die Babys bekommt. Aber normalerweise wäre es zum Beispiel so, wenn die soziale Gruppe groß genug wäre, könnte man das Männchen jetzt rausnehmen. Weil wenn man es zurück in das Trade Center macht, dann altert das Tier nicht. Weil es hat jetzt seinen Zweck schon erfüllt. Es hat die Dame geschwängert. Und deswegen könnte man ihn jetzt rein theoretisch schon vom Alter und wieder ins den Tierhandel packen. Machen wir jetzt aber nicht. Das machen wir erst, wenn die Babys da sind. Aber normalerweise würde man es so machen. Also wenn man hier mehr Weibchen drin hätte, würde man jetzt einfach das Männchen wieder ins Handelszentrum packen. Einfach damit es kein Alter verbraucht. Und die Weibchen, die würde man dann sofort ins Handelszentrum packen, sobald sie die Babys bekommen. Weil dann haben sie erstmal keinen Sinn mehr. Weil ich habe das Gefühl so ein bisschen, wenn die geworfen haben, dann dauert es erstmal wieder, dass sie nochmal werfen. Gerade wenn die dann noch Babys haben. Deswegen kann man dann die Elterntiere auch einfach ins Handelszentrum packen, damit sie einfach am Alter nicht zunehmen. Aber wir lassen jetzt erstmal die Kinder gebären. Das sollte ja recht schnell gehen. Und dann sehen wir weiter. Und da hat sie die Babys bekommen. Beziehungsweise ein Baby. Es kann auch sein, glaube ich, dass sie zwei Babys bekommen. Bekommt sie sogar. Sehr gut. Zwei Babys. Zwei kleine Löwenbabys. Da sind sie geboren. Und jetzt seht ihr schon, ne? Jetzt haben wir zwei weitere Löwen. Oh, sind die nicht wunderschön? So süß. Zucker, zucker, süß die Neugeborenen. Und was ihr jetzt macht. Man will ja eigentlich das Familienglück nicht stören. Aber wenn es um die Arterhaltungspunkte geht, dann solltet ihr jetzt auf jeden Fall das Männchen spätestens ins Trade Center packen. Und ihr könnt auch die Mutter ins Trade Center packen. Und dann habt ihr nämlich nur die beiden Löwenkinder. Weil die sollen altern. Weil die müssen ausgewachsen sein, damit ihr die verkaufen könnt. Und wir gucken jetzt aber erstmal die Werte von unseren beiden an. Wie gut die Werte sind, das ist bestimmt, glaube ich, auch mal die Werte der Eltern. Wir gucken jetzt mal hier eben bei den Werten. Fruchtbarkeit 100. Das ist sehr, sehr gut. Und Immunität 83. 33. Ein sehr, sehr guter Löwe, meiner Meinung nach. Hat sogar hier, glaube ich, ist das die Silbermedaille? Ich glaube schon. Also den können wir auf jeden Fall sehr gewinnbringend verkaufen. Und ein Weibchen. Ihr wisst ja, die Weibchen bei Löwen sind Mehrwert. Also wir haben hier schon mal ordentlich Plus gemacht. Und hier haben wir noch ein Weibchen mit einer Silbermedaille. Das gibt es ja gar nicht. Und auch hier die Fruchtbarkeit richtig gut. Also wir haben richtig viel Glück hier gerade. Also wir haben zwei Weibchen mit einer guten Fruchtbarkeit. Die kann man auf jeden Fall sehr gewinnbringend verkaufen. Wir müssen aber jetzt warten, bis die beiden hier ausgewachsen sind. Und sobald die dann drei Jahre alt sind, weil mit drei wachsen die aus. Das sieht man hier. Oh gut, kann man hier, glaube ich, nicht sehen. Aber mit drei sind die auf jeden Fall erwachsen. Dann packen wir die auch ins Trade Center und dann können wir die wieder gewinnbringend verkaufen. Wir müssen auf jeden Fall darauf achten, dass man keine Inzucht, glaube ich, macht. Also man darf nicht zum Beispiel die Kinder mit den Eltern paaren oder Geschwister paaren und sowas. Davon sollte man auf jeden Fall die Finger lassen, weil ich glaube, dann kriegen die einen Manus. Dann kriegen die schlechtere Werte oder sowas. Die beiden Löwenbabys schlafen jetzt hier, sind ausgewachsen, genau drei Jahre jung. Ich habe pausiert, weil ich nicht will, dass das Alter noch mehr ansteigt, weil je jünger das Tier, desto höher der Marktwert logischerweise. Wir hatten richtig Glück. Wir haben hier mit Silbermedaillen zwei Weibchen bekommen. Weibchen sind ja bei Löwen allgemein schon mal richtig viel mehr wert. Und die Fruchtbarkeit bei beiden ist richtig, richtig gut. Das Fruchtbarkeitsgehen ist eigentlich somit das wichtigste. Und das Alter natürlich. Und ja, wir haben jetzt eigentlich drei Optionen. Wir könnten entweder hier diese beiden Babys für einen richtig guten Preis auf dem Markt verkaufen. Also ich denke mal, pro Baby würden wir mindestens 600, 700 bekommen. Je nach Marktlage. Wir könnten auch wahrscheinlich mehr verlangen. Aber das kommt immer ganz darauf an. Wir können ja mal eben reinschauen, wie sich das Ganze momentan entwickelt hat. So, der Markt. Ja, ihr seht schon, der erhöht hat nach Preis. Männchen sind im Überschuss. Hier ist ein Weibchen. Schlechte Fruchtbarkeit. Hier ist das nächste Weibchen. Ja, ganz okay. Ist aber auch schon ein bisschen älter. Hier ist auch schon ein bisschen älter. Schlechte Fruchtbarkeit. Also ihr seht schon, sonst nur männliche Löwen. Wir könnten da mindestens 600 oder so rauskriegen, denke ich. Für die guten Löwen. Und wenn es 500 sind, wir haben trotzdem Gewinn. Also ihr seht das schon. Guck mal, 12,4 Jahre hier. Hier gibt es keine guten Weibchen. Also der Markt bietet sich eigentlich gerade richtig dafür an, dass wir die verkaufen. Das hier ist auch schon acht Jahre alt. Also wir haben da wirklich zwei sehr, sehr gute Löwinnen bekommen. Keine Fruchtbarkeit. Schlechte Fruchtbarkeit. Also die würden wir mindestens für 700 loswerden. Das wäre Option 1. Dann könnten wir wieder die Eltern, die beiden, die haben wir ja noch hier. So, das waren sie hier und er hier. Die beiden könnten wir dann wieder hier reinpacken und darauf hoffen, dass die noch weitere Babys zur Welt bringen. Option 2 wäre, die beiden Eltern hier zu verkaufen. Am besten so, dass wir unser Geld für die beiden wieder reinbekommen, beziehungsweise Gewinn bringt. Wir haben die ja beide sehr günstig gekauft. Also könnten wir vermutlich ein bisschen Gewinn dabei rausholen. Und dann haben wir natürlich unsere beiden sehr fruchtbaren Weibchen hier. Müssten wir nur noch im Markt ein weiteres Männchen besorgen, damit keine Inzucht entsteht. Dann könnten diese beiden Weibchen wieder für neuen Nachwuchs sorgen. Das Ganze würde nicht funktionieren, wenn wir ein Männchen und Weibchen haben. Weil, ja, dann wäre es besser, wenn wir die trennen, weil wir wollen ja nicht, dass die untereinander Babys zeugen. Das wäre nicht so cool. Und Option 3 wäre, alle Löwen verkaufen und uns auf eine andere Tierart spezialisieren. Dafür muss man natürlich auch mal den Markt ein bisschen im Auge haben, wenn es sich gerade anbietet. Wenn zum Beispiel Elefanten günstig sind und wenig auf dem Markt vorhanden. Das wäre jetzt so ein Beispiel. Ist gerade nicht der Fall. Aber dann könnte man zum Beispiel überlegen, ich verabschiede mich von den Löwen und mache das Ganze mit Elefanten weiter. Elefanten sind sogar allgemein noch ein bisschen mehr wert. Deswegen kann man natürlich auch mehr Gewinn und so rausschlagen. Ist aber auch viel, viel schwieriger. Ihr seht ja, das Angebot hier bei Elefanten ist mega begrenzt. Und ihr seht ja kaum Männchen. Also hier ist richtig Männchenmangel. Und wir haben ja gerade sogar ein günstiges gekauft. Sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, das wären so die drei Optionen, die ihr jetzt zur Wahl hättet. Ja, ich hoffe, ihr habt das Ganze so ein bisschen verstanden. Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig zu erklären. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich rübergebracht. Und guckt euch mal die frechen Leute an. Weil mein Park so überfüllt ist. Alter Schwede. Was ist das? Alle auf dem Mitarbeiterweg läuft. Das liegt daran, dass ich hier das Löwengehege hatte mit Löwenbabys, die sehr beliebt sind. Und der Weg ist natürlich nur so ein kleines Stück. Ich hoffe trotzdem, ich konnte euch mit diesem Video etwas weiterhelfen. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls ihr noch Fragen habt, gerne unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi. Oder auch wenn man hier weiß.